Für mich war es einfach ein Bauchentscheid. Ich glaube, ich würde mich wieder gleich entscheiden. Ich habe schon etwas gehabt und habe dann aber von der Zusammenarbeit, die sie da geboten haben, mitbekommen. Und wollte einfach sofort. Wir haben relativ viel ausprobiert und es hat relativ wenig funktioniert. Aber das Erkenntnis ist definitiv. Das Tandem-Projekt ist das Kernanliegen des Design Technology Lab, welcher von der Geber 3 Stiftung gefördert wird. Es geht darum, dass ein Maschinenbaustudent und ein Industriedesign-Student zusammen ein Projekt von Anfang bis Schluss durchziehen. Wir haben jetzt erlebt in dem ersten Jahr, dass es einen riesigen Mehrwert bietet, weil die Produkte, die entstehen, werden viel ganzheitlicher entwickelt. Also man hat nicht mehr die Chance, sich eine Argumentation zurechtzulegen und mehr durchzukommen, weil da immer die andere Seite ist, die dich challenged und so das Projekt und das Produkt auf ein höheres Level bringt. Das ist das, was wir machen. wir können jetzt die Chance, die sich nicht mehr durchzukommen. Das ist der Fall.